Margit Wetzel ist mit dem Stall Margarete, der aus Hamburg kommt, mit einem Pferd im ID.146. Deutschen Derby. Sie haben gesagt, Sie halten sich an eine gute Regel. Also bei Fair Mountain haben Sie seit 14 Tagen nicht mit dem Trainer telefoniert, nicht aus Desinteresse, sondern um ihm die Arbeit leicht zu machen. Nun warte ich auf den Anruf von Herrn Wöhler, ob er läuft, der wird bestimmt laufen. Und ich meine, Herr Wöhler hat nun diesen Carpino und er wird natürlich nicht ein zweites Pferd laufen lassen wie unseren Fair Mountain, wenn er morgens nicht im Training sieht, dass unser Pferd mit Carpino nicht mithalten kann. Also ich meine, das würde ich absurd finden, aber er hat sich nicht gemeldet und das, finde ich, ist schon ein gutes Zeichen. Und jetzt hoffe ich nur, dass unser Pferd gesund bleibt, denn das ist das Wichtigste überhaupt. Ich glaube, ganz Hamburg drückt die Daumen. Vielen Dank, Frau Wetzel. Danke, vielen Dank. Danke, vielen Dank.